Musik Großer Ansturm im Kulturzentrum PFL in Oldenburg. Viele Kinder waren mit ihren Eltern gekommen, um mit Sven Nordquist, dem Autor und Illustrator von Pedersen und Findus, seinen 70. Geburtstag nachzufeiern. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Kibum-Vorab-Programms statt. Zur Geburtstagsfeier gab es ein großes Bilderbuchkino mit Pedersen und Findus vom Theater Deck Hamburg. Ein besonderes Highlight an diesem Nachmittag gab es für fünf Kinder aus dem NWZ-Kinderclub. Diese durften Sven Nordquist eine Pfannkuchentorte überreichen und erhielten im Anschluss ein handsignetes Buch des Autoren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017